Seit dem Jahr 2000 lässt Fortimer attraktive Immobilien entstehen und entwickeln in der ganzen Deutschschweiz moderne Wohn- und Geschäftsräume sowie nationale und internationale Tourismusprojekte. Die interdisziplinären Projekteams begleiten das Projekt von der Entwicklung zu der Realisierung über die Vermarktung bis zu der Bauvollendung. So wird die ganze Wertschöpfungskette in-house abgedeckt. Nach der Fertigstellung bleiben Objekte wie Mietwohnliegeschaften, Gewerbsenten und Tourismusbauten im eigenen Portfolio und werden intern bewirtschaftet und betrieben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!